So, jetzt kommt das Schalke. Mal gucken, wie er sich anstellt. Tempo ist auf jeden Fall duftig. Wartet unser Teamkollege wesentlich schneller. Aber er ist stets bemüht. Ja, der Hut wackelt. So, und jetzt kommt das spannende Moment. Da hilft kein Spruch mehr, nichts mehr. Da muss ich jetzt Eier beweisen. Der Hut nochmal kurz richten. Die Lage checken. Ja, hoch konzentriert. Darf man nicht unterschätzen, die Aktion da oben ist schon heftig. Jetzt der eine Fuß.